ich ich liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rustica und der Dave wird im Zaum gehalten von drei Bären die ich jetzt gleich tapfer wie ich bin aus seinem Leben entfernt ich weiß nicht ob die noch dacht sind mach die Tür auf und guck nach. Jo, auch mal ausguck ich nach ich geb dir auch 2 Euro dafür nö okay warte ich habe jetzt genug Holz gesammelt ich habe zwei also ähm sie sind nicht direkt vor dem Wunschleiter aber wäre schön wenn du die davon entfernen würdest ja ja ich komm gerade boah der da ich mach mir mal ein paar Pfeile Mensch ich schieße jetzt einen ab und mach dann kurz wenn ich den nicht kurz davor schon töte die Tür schnell zu mach die dann wieder auf wenn er abhaut ähm okay 2 so komm scheiße alter ich verschieße die ganze Pfeile ohne Ende ich bin ich bin wo ich sehe die Bären der Alne rennt gerade auf dich zu ne ich weiß hättest du den mal gelassen der Penner legt die ganze Zeit die Pfeile weg ist der dumm und macht die Tür zu und hattest du auch hier vorstehen toll niederläuft ist gerade wieder woanders hin bisher nicht mehr vor Muttschelter hat es ist auf der Straße sicher ja manchmal Tür auf der Erschichtshof nein warte 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 siehst du den links irgendwo in der Nähe der Wand Junge ich hab doch gesagt warte Puh Alter ich dachte schon die Tür geht nicht zu toll mein nächstes Mal warte und guck bitte mein Gott ne warum Junge was war denn wie mit einem Dreijährigen Puh Alter ich hab voll den Herzgefakt bekommen der steht immer noch hier vor ja klar ich seh ihn Puh da sieht man den auch ganz leicht durch die Spalte warte ich schießt gerade mit dem Bogen in seine Richtung Uwe der daneben der läuft jetzt gerade wieder weg der läuft ins Haus rum der Idiot nein tut er eben nicht der ist jetzt wieder auf der Straße sicher ja im Nien so und den die erst nicht angreifen sondern siehst du den irgendwo links in der Nähe der Mauer Warte der da vorne irgendwo auf dem Hügel steht ja ey du Idiot Junge Junge h D h 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 so ein Idiot Jura ich hab's jeden Tag schicken erst bekommen weiter reicht jetzt ich hab den Pern abgehängt ich bin jetzt in der Stadt das sind ja neue Kisten Prozent Prozent 6 Antiradioaktiv Nein Scheiße Junge ich hab den noch nicht abgegangen komm schnell komm schnell der wartet gerade hier vor der Tür schnell ja okay ich komme in der Stadt in der Stadt in der Stadt da in dieser Halle mit diesen drei Türen noch wieder weg bitte Junge er ist da nicht ist er gerade abgehauen doch kein wer ich höre den ich höre den immer noch Prozent er hat er erklärt die ganze Zeit ich sehe nicht der hockt ihr doch gar nicht mehr sicher ja oder nicht der vermutlich hinter mir in der Wand ich renne da jetzt raus er verfolgt dich wieder Prozent ich schieße den ab Prozent nach Prozent 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 er liegt erlegt auf der Straße Prozent ich weiß jetzt schon wie ich die Falle in der Stadt Prozent Prozent der Follte bis zu Behörden Prozent jetzt war ich schon kommt zurück in die Stadt Prozent wir haben wohl ich dachte schon an wahlst du ja wohl ich hab noch ein Lachschwurz Deutsch gefunden hat er ist immer noch die Scheiß Flair drüber verarschen Grunew Tja ich hab dir dein Leben gerettet du Arschloch Tja Nein der ist hier drinnen der ist hier drinnen Junge der war nicht drinnen der steht da vorne rum der war hinter mir und noch eine Flair jawohl und vier Schuss für den 9 mm Thomas ich hab nur noch ein Pfeil Tja wenn man nicht ziehen kann die Fresse und drei Schottgang Schels und so ein Teil und das Leder werf ich weg und nimm dafür die Alter und Roadstorage müssen wir uns keine Sorge mehr machen jawohl gut und übrigens ich hab 27 Junge übrigens ich hab 20 Clothes ne also um 混 ich hab auch viel Clothes ich hab 26 Clothes pic Junge geh aus dem Haus raus das ist immer noch meine Seite ich hab's mir doch nur geguckt ja mmh geguckt ja hier war keine Kiste drin du unten nur gucken mhm hier ich geb dir schon mal deine shotgun Shade hier gib die mir draußen an der Wettkirche gibt die mehr draußen die Schöne der Koffer aus wir haben Warteln ein ich will jetzt hier draußen vor der Zeit hat die wirklich schon weggelegt die Jungen mit so ist bei der Steine so wird nicht gefährlich Ja, erstmal aus der Stadt raus. Bis die Radioaktiv-Anzeige mal ein bisschen weiter unten ist. Jawohl, ich hab wieder schön viel Rad-Chicken-Brest. Äh, gucke in Chicken-Brest. Ah! Ey. So, ich wirf dir deine Sachen hier mal hin. Eins, zwei... Juhu. Vier und fünf. So, dann hol die mal ab. Du hast drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Tja, die Sachen sind verschwunden. Ey, ich hab nur noch 16 Pfeile. Muss mal wieder ein paar neue machen. Junge, wenigstens hast du noch 16. Ich hab fünf. Ja, dann komm her. Ey, Junge, ich mach mir ja grad selber welche. Junge. Gehindert? Äh, ey. Soll ich die Spitzhacke wegschmeißen? Toll. Soll ich? Ich hab gesagt, sei nicht so laut. Ey. Was? Soll ich die Spitzhacke wegschmeißen? Ja, du Trottel. Jetzt lass uns mal endlich, äh, vielleicht mit unserem Haus schon mal anfangen oder so. Ja, komm her. Ja, ich muss erst mal ein paar Sachen aus meinem Inventar loswerden. So, also. Äh, einmal eine 9mm Munition. Ich geb dir auch die M4 Munition, ja? Ja. So, dann... Achso, das war noch vom letzten Mal hier über. Den hier kriegst du noch. Die hier kriegst du auch noch. So, dann für dich. Warte, die ich sechs Stück kannst du auch noch nehmen. Ne, das sind mir zu viele, denn die zurück. Ok. Warte, warte, ich muss hier ein bisschen umkrempeln. Äh, die Flairblende. Ich geh mal eben da hinten hin und hol mir die Steine. Komm, komm, ey. Weißt du, was geil wär? Was? Polovisier auf dem Bogen. Ey, da sind voll viele rote Tiere. Verscheißt. Stell mir vor, man kann Polovisier auf dem Bogen ziehen. Ja? Lass mir jetzt die Tiere angreifen mit dem Bogen. Ok. Warte, 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 warte. Ich muss jetzt noch kommen. Warte, tu mir vor, halt die Steine hier und, äh, und den Holzstapel. Ok. Dann können wir in der nächsten Folge mit dem Hausbau anfangen. Ich bin grad hinter dir. Ja? Ja. Ich hab eh viel Holz. Das sind zwei Holzstapel. Ich nehm mir den hier. Und ich würde den da oben. Welchen, den hier? Den da oben, nicht den, den ich grad' abbaue. Ja, Junge, was für'n Holzstapel, ey. Uh, ich hab' schön viel Holz. Ich auch. Jawohl, guck mal, wir sind schon wieder voll weit abgesehen davon. Junge, wenn du idiotisch da hinstellst, jeder kann's im Let's Play sehen. Ich hab' dich getroffen, nicht du mich. Ich braue noch ein bisschen von diesem Baum, ja ab. Und dann sollen wir uns ein Wolf wollen oder ein Bären? Sicher? Ja. Bären werden eigentlich besser. Auf die können wir draufhalten. Und im Notfall kann man auch von denen abhauen. Ok, mach. Ok, warte. Warte. Hm, ok. Wo bist denn du? Hinter dir. Junge, komm mal näher ran. Ja, ich hab' grad' den Baum da abgeholzt. Warte, ich schieß' mal trotzdem vorher einen Wolf ab. Ok, ich halte mit dem Bogen drauf. Sag mir welcher, den rechten oder linken? Der da jetzt kommt. Ok, der rechte. Der braucht eh nur zwei Schuss, dann ist der da. Nee, waren nur Kinderriegel. Schieß' den Bären ab. Warte. Einmal Junge, triff mich nicht so sack. Das war nicht mit Absicht, Mann. Ein Sackrad, ey. Den Bären? Jo. Ok, ich nehm' den da ganz links. Schu! Geh' nur noch Style! Ey, kannst du nehmen, das sind die 9mm-Schüsse. Ok. Ok, der Wolf. Warte. Oh, so. Ich hab' meine Pfeiler sonst hier, schnapp ihn dir. Scheiße. Tja, so geht das. Mach' ihn kalt. Einen Schuss. Sauber. Blueprint, Blueprint für Kevlar-Pads. Dich so wie ich, Blueprint für P250. Ok, ich hol' den Bären. Oh, dann ne, warte, du jetzt den Bären. Ok. Scheiße. Junge. Junge. Jetzt kannst du mir gerne wieder deine 10 Pfeile geben. Hahaha. Schießt du erstmal. Alter. Lock du den Arm. Alter. Halt die Fresse. Tja. Tja, was sagt man dazu, Potato? Jawohl, nichts Besonderes. Ich esse auch direkt, was hier drin ist. Mach. Warte, du kannst dir das... Ja, da oben ist auch noch ein Bär. Du kannst dir das andere nehmen, was da drin ist zu essen. Ok. Geh weg. Jawohl, Schokolade. Da hinten ist noch ein Bolz. Ich weiß, warte ne Sekunde. Junge, und ich sag' noch warte ne Sekunde. Ja egal, den kann man noch alleine halten. Er braucht eh noch Scheiß-Zweißschüsse. Oh, Shotgun, äh, 9mm-Munition kannst du dir holen. Scheiße, der Bär ist auf dich aufmerksam geworden. Schieß den ab. Nein, scheiße daneben. Junge, weh, du schießt mich ab, kapiert? Ich saue einmal getroffen. Zweimal getroffen. Ich brauche drei Schüsse für den Schieß. Sauber. Oh, ein Research-Kids. Sauber. Hey, was soll ich rauslegen? Mach ich erst dafür die Schokolade. Ey, das sind zwei Tafeln. Na, dann esse ich auch zwei Tafeln. Jawohl, jetzt haben wir schon zwei Research-Kids. Es müsste möglich sein, dass man wie Daisy den Rucksack mitnehmen kann. Ja, das wäre geil. Okay, lass uns jetzt mal mit dem Hausbau anfangen. Ja, ja, aber wo? Ich würde sagen, damit fangen wir eh in der nächsten Folge an. Die ist gleich zu Ende, die Folge hier. Hm, okay, können wir machen. Ja, aber wir könnten dann ja erst mal den Platz suchen. Ja, ja, die Folge ist jetzt zu Ende. Ich würde sagen, dann mit dem Hausbau fahren wir in der nächsten Folge an. Jawohl, dann in der nächsten Folge. Dann bauen wir unser hübsches Häuschen und gehen dann auch nochmal auf Holzsuche etc. Okay, bis dahin. Tschö. Jawohl, wir sehen uns. Tschö. Tschö Leute! . . . . Vielen Dank.